Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem YouTube-Kanal Heikes Welt. Tja, worum geht's in Heikes Welt? Es geht um Homestyling. Ich finde, wenn man nach Hause kommt, sollte es besonders gemütlich sein und jeder sollte sich wohlfühlen zu Hause und ja, auch gerne nach Hause kommen. Und dafür ist es notwendig, dass man sich das zu Hause besonders schön macht. Da möchte ich euch einfach ein paar Ideen zeigen. Do-it-yourself, auch Deko-Sachen und die werde ich euch in vielen einzelnen Schritten zeigen, so dass ihr die ganz leicht nachmachen könnt. Auch ein paar Interieursachen, ja, Lampen, Kissen, Vasen, Teelichter, Kerzenständer, was auch immer. Was brauchen wir in der Wohnung? Wie können wir mit Kleinigkeiten einfach, ja, neue Sachen gestalten? Und das ist so meine Idee mit diesem Kanal. Lasst euch überraschen, jeden Samstag um 8 Uhr lade ich ein neues Video hoch und freue mich auf eure Begleitung und vor allen Dingen auf eure Unterstützung und euren Rückenwind. Und den gebt ihr mir am besten, wenn ihr meine Videos liked. Vielleicht auch, ja, ich freue mich super über Kommentare dazu und, ja, auch den Kanal abonniert und sogar auch die Glocke aktiviert, weil dann werdet ihr aufmerksam gemacht, wenn das neue Video hochgeladen ist. Ja, natürlich verlassen wir unsere Wohnung auch ab und so mal und dafür zeige ich euch den Ausflugstipps. Ich lebe ja nur in Berlin, sicherlich wird es einiges aus Berlin sein, aber ich bin natürlich auch in Deutschland unterwegs und mal auch im Urlaub, so wie jetzt gerade. Also, lasst euch überraschen. Ja, ich bin gespannt, wo die Reise uns hinführt und freue mich auf eure Begleitung. Ciao!